hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video und heute ist hier wie bei dem neuen shop mal sehen was jetzt reinkommt okay aber wie war nichts besonderes aber gucken wir uns erstmal alles an so hier haben wir ein mikrofon als spitzhacke feiert jetzt nicht so elektroswing habe ich auch schon sehr lang dann haben wir das nachtlicht schön sehen skinnachtlicht dann haben wir hier den sternen nachtflug als hängegleiter den rabats oder wie auch immer ist ganz okay das gehen aber die rückgangsverfeier ich gar nicht das finde ich gar nicht mal so schlecht finde ich ganz geil ja ist ganz cool der sonst dann haben wir den taro skinn den nara skinn den torwichter die spitzhacke von denen und den flugkappen und auf der linken seite den raben die rabenfrau verwüstung eisernen was da eiserner schnabel und dann haben wir noch mal den gefiederte gefiederter flieger im shop und ja zwar so viel war mit dem shop da würde ich sagen haut rein und ciao